hallo meine herz allerliebsten zuschauer schön dass ihr zu dieser runde soundchecks eingeschaltet habt das ist die soundcheck runde 3.6 also der dritte soundcheck in diesem jahr ich weiß man schon richtig viele soundchecks da aber dafür schon sechs jahre gemacht also sind in den letzten jahren doch die ein oder anderen soundchecks zusammengekommen und da sind bestimmt ich weiß gar nicht wie viele lieder insgesamt zusammengekommen da müsste man mal durchzählen das wäre eine riesenmenge arbeit aber vielleicht könnte ich das mal machen aber jetzt ist der nachbar erst mal ruhig darum kann ich umso lauter sein und da werde ich jetzt den nachbarn einfach mal mit wie viele dann wenn wir mal gucken wie viele die das werden wie weit wir kommen einfach mal mit auf den geist gehen auf jeden fall schon gesehen dass irgendwas mit schranz dabei ist und irgendwas soll ich auf meinen elak lautsprechern solo laufen lassen das werden wir tun aber jetzt eine neuerung bei den soundchecks ich werde das ganze jetzt mal mit so einem recorder hier aufnehmen mit so einem test kam modell 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 steht auf dem karton das kam dr 40 wenn ich das ganze jetzt mal aufnehmen da werde ich aber jetzt das ein oder andere problemchen bestimmt noch haben die soundchecks also der sound wird jetzt bestimmt anders sein ob er jetzt dann perfekt ist weiß ich nicht wenn es gar nicht geht dann werde ich so lassen also so machen wie ursprünglich also ich werde jetzt eigentlich mit vier tonspuren arbeiten wenn die zwei von diesem apparat hier nicht so gut sind dann werde ich es herkömmlich lassen dann muss ich vielleicht noch was nachbessern ich bin mal gespannt wie es wird aber ich habe wahrscheinlich wahrscheinlich wird es zu leise sein aber ihr könnt es ja mir mal in den kommentaren schreiben wenn das ergebnis gut geworden ist dann werde ich diese aufnahme dann von dem recorder hier verwenden und dann könnt ihr mir mal in den kommentaren schreiben was ihr besser findet oder ich mache eine abstimmung einfach mal in die infokarte oben rein aber jetzt geht es erstmal los mit den soundchecks viel spaß dabei euer speaker schocker so jetzt haben wir genug geredet jetzt fangen wir mit dem ersten lied an und zwar soft jazz das soll ich ja auf den elac lautsprechern solo laufen lassen und zwar end no sunshine ja kommt mir bekannt vor wahrscheinlich wenn ich es höre kennt was ich spiel es mal an muss man hier wieder kaputt schneiden müssen cool natürlich haben wir es hier auf pure direct so jetzt so jetzt so jetzt ja 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 joe cocker ganz klar brauchen wir nichts zu sagen eigentlich eine coole version ja joe cocker ist jetzt auch nicht wesentlich schneller ist gar nicht mal so übel macht spaß sich das anzuhören das nächste lied ist von kapita bra und zwar one night stand da haben wir aber ein problem da hat mir einer nur das lied da hingeschrieben kein link oder so wahrscheinlich hat er das richtige lied was er hören wollte gar nicht gefunden mir die suche jetzt überlassen ich habe aber jetzt auch nur irgendwas rausgesucht ich hoffe die auswahl ist richtig da dürfen die subwoofer da mal wieder mitspielen das auto das du heute kriegst hat mit meinem verstand ja sie wirkt mich manchmal laut du mach mich manchmal krank aber jeder einer tutsche police bestie mit der hand du liebst das sie dann im papier aber sagst du bist verliebt ich steh vor meiner tür und du gehst so wie dynamit das lied ist gar nicht so übel habe ich aber glaube ich jetzt in der aufnahme schon des öfteren gesagt das nächste geht es hier los mit wir tanzen im viereck also hatte ich jetzt glaube ich auch schon hatte ich schon mal vor allem auch mit dingen die man dann irgendwie falsch versteht oder sowas und im soundcheck mit den tollen melon lautsprecher hat dies auch drin jetzt wird es hier noch mal gefragt vielleicht lasse ich da was andere spielen ich lasse mir da mal was einfallen weil immer das gleiche ist auch ein bisserl langweilig oder was denn hier schon wieder am föhnen hier was denn stereo total kenne ich gar nicht mal gucken was da jetzt passiert was ist das denn video läuft noch und ich krieg hier so eine fehlermeldung was ist das denn lassen wir es jetzt so laufen wahrscheinlich gerade in dem moment ist es gesperrt worden und jetzt ist es nicht verfügbar wir tanzen konzentriert wir tanzen konzentriert ja geht schon wieder hier saufmäßig alles unter die decke Das ist einfach. Ja, ich tu, tu, ich, du. Ich, ich, tu, tu, wir sind meine Lied. Dann zocke ich mir mal ne Runde, das ist nicht so ganz mein Lied. Ja. Ja, war jetzt nicht ganz so meins. Ich meine so dieses Schranz, das höre ich mir ab und zu mal an. Und dann ist gut. Das ist so wie ein Stück Torte. Bin ich so der Torten-Freak oder der Kuchen-Freak, Dann esse ich drei Stück im Jahr, dann reicht es. Genauso ist es mit Schran's Auto. Da höre ich mir drei Lieder im Jahr an und dann reicht es auch schon wieder. So, nächster Titel ist Business of War. Bevor ein Video noch länger wird, los geht's. Business of War. Hat so was Reggae-mäßiges an sich hier. Das geht so gut am Boden, da ist so schön für Nachbarn unten drunter. Dann ist ja auch die Haltung vom Fernseher nicht mehr so. Da muss man schon ein bisschen aufpassen hier. Hat auf jeden Fall was von Reggae-Musik. Kein Wunder, dass wenn man das eingibt, dass einem auch das ein oder andere Bild von Bob Marley da angezeigt wird. Wunderlich ist es nicht. Hat aber einen kernigen Bass gehabt. Apropos Bass, geht es direkt hier weiter mit Lil Pump. Ist aber keine Bass-Boost-Version. Das finde ich schön, hat dabei geschrieben No Bass-Boost. Aber ich glaube, das hat so in der Serie schon Bums genug. Man merkt es hier auch schön am Boden. Also das ist hier schon, wenn ich jetzt hier mit der Wasserflasche hier auf den Tisch stelle, dann haben wir hier sowieso wieder alles am Beben im Wasser. So, komm, ein Lied machen wir noch und dann müssen wir den Nachbarn wieder ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, zu viel versprochen. War auf jeden Fall Bums genug dahinter. Und jetzt kommt Knife-Party Bass-Boost. Das darf ja natürlich nicht fehlen. Und jetzt läuft das Video schon wieder so lange. Lassen wir das jetzt mal Ende sein, damit der Nachbar wieder seine Ruhe hat. Sonst kommt er gleich wieder hoch und dann gibt es wieder Theater. Muss auch nicht sein. Also hier, Knife-Party, letzte Lied hier bei dieser Runde Soundcheck. Ja, natürlich. Das durfte ja nicht fehlen. Der letzte musste natürlich Bass-Boost sein. Ich meine, was hat man davon? Kauft man sich ordentliche Kopfhörer, braucht man es nicht. Kauft man sich eine vernünftige Anlage, braucht man es nicht. Weil es ist ja jetzt in keinem Fall lauter als die normale Version. Und selbst der Bass ist nicht lauter, weil über 0 dB geht nun mal nichts. So, wollen wir mal gucken. Ach, nee, ey. Jetzt haben wir so einen Mofa. Guck mal, wenn wir ein bisschen Tönchen reinmachen. Jedes Tönchen macht ein Tönchen. Loser, Blöden. Ha, Silvester ist ja nicht mehr lange. Dann geht es wieder richtig los. Ah, ich freue mich. Und ihr? Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr euch euch freut. Auch wenn es Bass-Boost war, es war jetzt nicht, Gott weiß, wie übersteuert. Das ging eigentlich noch. Kann man sich anhören, wenn man jetzt zum Beispiel ein Handy oder sowas hat, was so ein bisschen leise ist oder sowas. Und man dann so billige Kopfhörer hat. Dann kann man damit ein bisschen was aufpimpen. Ist nicht direkt übersteuert. Kann man sich ab und zu geben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Aufnahmen hier mitgebracht haben. Wie sich das jetzt klanglich unterscheidet. Wenn euch diese Aufnahmen gefallen haben, wenn sie gut geworden sind, dann werde ich diese auch im Video verwenden. Wenn nicht, dann werde ich die herkömmlichen Aufnahmen verwenden. Aber wenn, wie gesagt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Die älteren Soundchecks oder jetzt diese mit dem neueren Sound. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Oder wie gesagt, ich mache einfach eine Infokarte. Dann war es das jetzt hier auch schon wieder. Und ich lasse euch wieder in die Freiheit. Schönes Wetter. Genießt das noch ein bisschen. Schönes Wochenende noch. Bleibt mir gesund und munter. Das nächste Mal gibt es dann mal wieder ein Video von Dingen. Ja, Dinge, die ihr lieber nicht kaufen solltet. Wurde sich lange gefragt. Wird dann das nächste Mal wieder kommen. Wenn dir das gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Abonnier meinen Kanal, dann wirst du das auch nicht verpassen. Das ist kostenlos. Bleibt mir gesund und munter. Dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Euer Speaker Schocker. Ciao, ciao.